Helene Fischer, bittere Niederlage. Gegen diese Stars kommt sie nicht an. Unumstritten ist Helene Fischer der wohl erfolgreichste Schlagerstar unserer Zeit. Doch wo steht die Sängerin eigentlich im Vergleich zu anderen Branchen? Oliver Geissen suchte kürzlich Deutschlands größte Musikstars und wo war unsere Helene? Weit abgeschlagen auf Platz 10. Das überraschte sogar den Moderator. Als die Ranking-Show Deutschlands größte Musikstars begann, waren sich viele Menschen ziemlich sicher, dass es Helene Fischer zumindest in die Top 3 schafft. Doch Fehlanzeige. Helene Fischer, nicht mal in der Top 3. Helene hat es in der Sendung Lieblinge überraschenderweise nur auf den 10. Platz geschafft. Obwohl sie zahlreiche Fans mit ihren Konzerten und Bühnenshows begeistert, wurde sie von anderen Musikgrößen überholt. Auch der Moderator war überrascht. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich finde es schon etwas überraschend. Helene Fischer auf der 10. So zog zum Beispiel Wolfgang Petry an ihr vorbei und landete auf Platz 9, während Nena den 8. Platz erreichte. Zu Deutschlands Top 3 Musikern gehören nun offiziell Odo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Peter Maffei auf Platz 1. Auch wenn Helene Fischer in diesem Ranking nicht ganz vorne landete, bleibt sie dennoch eine der beliebtesten Schlagerstars des Landes. Derzeit arbeitet sie an einem Kinderalbum und wer weiß, vielleicht schafft sie mit der jüngeren Zielgruppe Jahr später dann unter die Top 3 der beliebtesten Künstler des Landes. Untertitelung des Künstler des Künstlers